Das Schöne ist, ich habe jetzt zwei Leider, eine 18-Jährige und eine 17-Jährige. Und die haben beide um Knappstufen. Und die Kleine, die 17-Jährige, da habe ich den Busen quasi entdeckt. Der sollte sich nicht entblättern, da habe ich gesagt, entblättern musst du dich. Lona extra hat sie dich entblättern. Ich habe den Busen gesehen, ich wusste genau, das kenne ich schon. Groß und geradeaus. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe schon gepräselt im Segment von, sagen wir jetzt mal, unter 18. Vielen Dank.